So wir müssen jetzt hier den Boss hier von diesem Level bekämpfen, wir probieren es zumindest, davor tun wir alles, wenn unsere Waffe wechseln, und zwar zu, was mach ich jetzt für eine Waffe, ich glaub ich nehm, ich nehm die hier, oder, ja ich nehm die hier, ähm, ja Packman, sind sie noch da, oder bist du noch da, die ist anscheinend weg, wer ist weg, ich glaub schon, also, ja, du hast das Intro vergessen, beziehungsweise, ja das Intro. Du hast wieder da, ne das mach ich nur am ganz am Anfang von Streamen, nicht nach nem, kann ich, oh klar, ich hab's erst vergessen, okay. Hm, egal, mich wird keiner umbringen deshalb, so, setze diese Waffe ein und bisher, mir viele, viele Daten. Ich bin sie nicht. Wieso jetzt ein Roller? Ich hab ne, ach, das ist ne Phase, ne. Na gut, morgen könne ich mir den Pro-Controller. Ja gut, ich muss reden, ich hab mir erst ein News 2DS gegönnt, aber, ja, coole Sache. Wie solltest du vielleicht, ähm, ja übrigens das Unboxing, sollte ich halt mich vielleicht mal konzentrieren. Ja übrigens das Unboxing, was heute hätte kommen sollen, kommt erst morgen, soll dafür, hab ich heute von New Nintendo 2DS geknommen. Ach und, das Mini-Werse-Dings, das, 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 die, die Versace, das Gewinnspiel, äh, das hab ich fast vergessen. Ich hab's mal vergessen. Ich hab's mal vergessen. Oh, ich geh mal Couch. Ah, ah, ah. Man, nach dem Stream reden wir auch über. Timo, der Name ist Mert. Das ist ihr. Stopp, stopp. Du kannst mir die Karte hier einfach mitgeben. Geh mal Couch, geh mal Couch, Mert. Ja, stopp, weil Lilly es treibt. Ich hörte von dem Freund von Timo, dessen Name Mert ist. Jetzt konnte ich das grad nicht mal lesen, weil... Wer hat die gelöscht? Äh, der Defektor, die ist auch voll in Ordnung. Äh, ich hörte auch... Ich muss mich hier kurz konzentrieren. Gott ist das so verdammt, das heißt... Ähm, ich hörte auch von dem... Ja. Vom Thema, dessen Name Mert ist, dass ihr sein Lied ohne Erlaubnis benutzt habt. Nein, haben wir nicht selber auch gespielt. Ja, egal. Mert hat im Moment sehr viele Lügen, wollen wir nur sagen. Ja. Lena, bitte fang jetzt nicht an, ne krumme Nummer zu ziehen, okay? Was du... Ich hoffe, dass man nicht dein Ziel von der ganzen Geschichten hier... Lena, also nicht machen, okay? Danke. Wir sind... Wir sind total sachlich. Wir sind sachlich. Wir sind sachlich. Mert ist wirklich jemand, der hat uns... der hat seine eigene Musik abgespielt. Aber stoppt man. Das heißt halt nach der Lug, dass Destroyer... Mört ist, ne? Hat damit was zu tun. Und... Der hat damit was zu tun. Und... Egal, wer es das anhört, was ich bei dem Spiel da die Tatsache... Wollen wir sie einfach blocken, dann hätte ich auch keinen Bock um... fast mitternacht... so ne scheiße... Ja, ich hab auch keinen Bock jetzt... kurzer Mitternacht... Jetzt heißt es du... Ja, ist natürlich das beste Sie jetzt. Weg, weg. Ende. Aaaaah... Ende. Wie zum Henker funktioniert das? Bei mir hast du sie aber nur... Okay, du... 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 Ah, so... So funktioniert das. Die Welt hat mich an... Weg, weg, weg. Krass, scheiße. Okay, wann... Na, es geht. Ähm... Das ist gerade ein bisschen... Jetzt sind sie die Sterne. Ähm... Ich will alles hören, was da passiert... Was da passiert. Ähm... Ledige Welt, das hat mir gerade... an Füße Andreas erinnert. Hm. So, ach du Scheiße. Der Typ ist jetzt gerade ein bisschen aggro, ne? Weg mit dir, du... Fett Ars, Fett Ars, Fett Ars, Fett Ars, Fett Ars, Fett Ars... Fett Ars, Fett Ars, Fett Ars, Fett Ars, Fett Ars... Hab kein Täter mehrfach, das heißt... Fett Ars, Fett Ars! Fett Ars! Puh, der hat mir jetzt eben übelst von der Seite, wisst, ey. Hm, Maria... Boah, war das knapp! Alter, was für ein fetter Koloss, ey! Alter! Der Typ hat echt... Töten, töten, töten! Weg, 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 weg! Wie ist Welt, falls du zuschaust? Ja. Aber eigentlich ist der Boss voll einfach und man weiß, wie es geht, ne? Eigentlich ist der richtig andere, wenn man weiß, wie es geht, ne? So, ich hab fünf den Zuschauern. Ja. Jetzt ist der Typ, alles klar! Überpower doch mal nicht, du Typ! Überpower nicht! Star Butterfly... Dafür muss man sich nochmal ins Spiel machen, guck mal auf jeden Fall! Ja. Ähm, wenn er sucht, was? Äh? Weg! Mann, du... Ja, das heiße... Okay, Lena! Weg, 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 weg! Pissen, verpissen, verpissen, verpissen! Das scheiße, wenn man nicht so schnell mehr getintet hat, ne? Das heiße... Jo, banananas... Bananas... Bis denn! So, wir haben ja danke, wir haben viel Spaß und den Boss haben wir, ich glaube, bist du ziemlich erledigt, oder? Dankeschön! Ciao, ne? Kommt jetzt! Wie der... Wie... Was war das gerade? Das war meine Kopfhörer, weil sie immer wieder manchmal nicht bestreiten. Ja, wir haben das hier, nice! So! Cool, wir haben jeweils weiter mit Offensalburg gesappt, ne? Bis bald! So, Lena, kurz weg, bis bald! Bis bald, ist wieder dran! Wann kriegen wir eigentlich uns... Also, die... ...Admonds und so, wann kriegen wir eigentlich... Oh, Destroyer! Ich werde sicherlich nicht mal in Adresse hier schreiben, und ich werde das jetzt sperren! Auf einen Lügner! Zarde, ich hab den Trübdemis bis auf kurz, bis auf bald ich vertraut irgendwie. Das sieht man mal, wie man sich... Das sieht man mal, wie man sich... ...toll sind kann. Mein Rücken ist... ...ist so warm, meine Füße sind so kalt... Hm... So, Limone, das hat schon beim Schusshaun gestresst, aber gut gemacht, Nummer 4! Ähm... Bin das... Bin das nur is, oder wirken die Oktarianer Verstärke irgendwie weiblicher? Was? Bin das nur is, oder wirken die Oktarianer Verstärke irgendwie weiblicher? Okay! Haben die einen neuen Designer? GGEQ, was ist da passiert? Ja? Alena, oder wie du heißt, Lena ist gerade weggegangen, die kommt gleich wieder. Ja, äh... Ja, äh... Ah... Alena... Ich hab den Destroyer... Ich bin... Gerne... Ich wäre den Destroyer jetzt komplett, weil ich hab mich vorhin schon per... ...vorüber den gesperrt gehabt, okay? Ja, es wäre ein komplett. So, jetzt hab ich schon 462. Weil... Bin das schon wieder gleiche... Alena hat mich abonniert, falls da sage ich danke dafür. So... Und hier wird's dann losgehen in die nächste Person. Ich glaube mal, danke. In schon 3. Ach komm schon, ich hab jetzt einfach mal rein. So. Ja. Ja, Alena hat unser Fung... Timi, der erzählt... Okay. Was will man so blöd zu lesen? Ich bin... Ihr habt dich abonniert. Gut, so. Ich bedanke mich auch noch mal, obwohl ich nicht Gamer-Coach bin. Ey, vergesse ich bei mir vorbeizuschauen. Nein. So. So. Wer bei ihm vorbeischaut, lasst eine Meldung. Das ist jetzt hier... ...die nächste Welt, die... Ähm... Na gut, das wäre dann nur so ein Mini-Platz. Ja, die machen wir erst im nächsten. Ha doch, wenn der jetzt zu kurz ist. Kommt das nächste Mal. Ja.